Jeder Mensch hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich der Künste zu erfreuen und am wissenschaftlichen Wohlstand und seinen Wohltaten teilzunehmen. Im Rahmen dieses Projekts installieren wir heute mit Ihnen offiziell eine Informationsstation mit Audioeinspielungen, Gebärdenvideos, Tastkopien, Texten in Breilesschrift und in leichter Sprache, an der sich alle Menschen selbstständig über das Kunstmuseum Bayreuth und seine Angebote informieren können. Die barrierefreie Informationsstation im Kunstmuseum setzt ein Zeichen für ein inklusives Kulturangebot. Wir durften heute schon zwei wunderbare Projekte zur Inklusion und zur Integration eben kennenlernen. Zum einen die Arbeit an der Kunst, mit der Kunst, mit jungen Menschen, die Deutsch lernen. Das halte ich für sehr, sehr beeindruckend, weil man damit eine zentrale Funktion von Kunst erkennen kann. Miteinander ins Gespräch kommen. Es hat einfach deutlich gemacht, dass man mit Kunst, über Kunst ins Gespräch kommen kann. Ich denke, es ist gut, wenn wir mit Kunst und Kultur Zeichen setzen, dass das Miteinander, das Gemeinsame vor dem Alleinsein und dem Gegeneinander steht. Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten!